Kannst du das sehen? Da ist ein Dinosaurier. Ja, aber recht einfach gebaut. Das ist hier echt so. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft-Serie. Ja. Ich hab mir nämlich The Dropper gewünscht. Und du kennst das noch so gar nicht, ne? Nö, ich glaub man fällt. Ja. Ich hab nur die Levels resettet, weil ich nicht wusste. Ich hab gestern ausprobiert, ob das geht, der Level. Ja. Und hab jetzt nochmal resettet. Es war auch unglaubliche Freude, das hier zu installieren. Es war hier fünf Server-Crashes und Sachen löschen. Hat Spaß gemacht, war schon schön. Ja, aber so, hast du dir hier mal Videos angeguckt oder so? Ne. Also du bist wirklich absolut jungfräulich. Ich weiß gar nichts, genau. Das ist schön. Wo sind die Regeln? Hier sind die Regeln. Genau. Welcome to the Dropper 2. Newton vs. Darwin. Äh, ein Goal, survive the fall. One rule, don't break the blocks. By Biggry. Hallo Biggry. Genau. Ja komm, dann lass mal rein hier. Muss ich da drauf drücken, oder? Ne, es reicht wenn einer drückt, glaub ich. Ach so, ja, keine Ahnung. Jo, hier ist glas. So. Genau, pass auf. Ich erklär das. Wir fangen gleich bei Level 1 an. In jedem Level gibt es eine Kiste mit einem Diamanten drin. Mhm. Den müssen wir in eine Endertrube packen, die daneben steht. Ja. Ne, dann haben wir hier unsere Diamanten immer drin. Und hier ganz hinten am Ende wird dann ein Level freigeschaltet. Wenn wir alle 16, glaube ich, Diamanten haben, dann dürfen wir da rein. Find all 16 Diamants to unlock the Bonus Level. Okay. Ne? Haben wir da was vor? Ja. So, ich mein, ne? So, dann können wir ja eigentlich mal mit Level 1 anfangen, wa? Ja, dann drücken wir mal drauf. Ich auch? Ja. Einfach. So. Okay. So, nun? Ja, jetzt musst du gucken. Ein paar, also, ich muss dazu sagen, den ein oder anderen Level kenn ich schon. Ähm. Was ist denn hier jetzt Phase? Die ist ja links. Ja, überleg dir doch mal was. Lies doch mal oder so. Ja, was soll ich denn da lesen? Da steht doch, lies mich! So. Äh. Once the button pushed, you will be teleported. Teleport works with relative coordinates. DP depends on your position in this room. Sit on the yellow block and sit still. Yellow block? Also, hier. Ja. Okay. Ja. Du musst aber erstmal den Knopf drücken, ne? Ja, das stimmt. Ah, ah, ah! Da bin ich in dir drin. Wow! Was denn du? Ah! Ja, wie? Wie? Ja, hast du nicht genau mittig gestanden. Ah. Ja, gut. Dann nochmal. Dann mach ich das nochmal. Dann mach ich das nochmal. Wie das nicht. Dann leg ich mich hier auf so einen Block drauf. Und dann fall ich. Ah! 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 What the? Ah! 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 Oh Gott! Mein Gehirn ist gefüllt. Wart mal ab. Guck mal. Und hier ist jetzt ein Diamant drin in der Truhe. Den packst du in die Endertruhe. There is a diamond in each level. Ja, okay. Ich verstehe. Du musst auch machen. In jedem Level müssen wir quasi das überleben und dann den Diamant in die Kiste packen. Genau. Ah! So. Und jetzt drückst du hier drauf und dann kommen wir wieder zum Raum zurück. Alles klar. Okay. Okay. Ah, ja. So. Und jetzt leuchten hier nämlich beide Lampen. Das heißt wir haben den Level überlebt und den Diamanten gefunden. Okay? Ja, okay. So ist... Eisengard. They take in the Hobbit to Eisengard. To Eisengard. God. Äh. Ja, passiert nix. Ah, jetzt. Ah! Ja, okay. Also man fällt. Das ist so... Aua. War nix, ne? Ich hänge noch in den Spinnenweben fest. Steht da was? Wo war denn in the center of the room? Wow. So. Ja. Und jetzt musst du überlegen, wie kommen wir hier runter? Bei der Le Penis. Bei der Le Penis ist das Wasser-Module-Level. Okay. Ah, nee. Da ist Wasser. Ja, dann. Aufi. Ja, und geh mal vor. Ruhig. So, pass auf, jetzt haben wir hier die blauen Blöcke, damit kommen wir zurück in den Raum, also nicht drücken, und die schwarzen Blöcke, die geben uns 10 Sekunden Sprungkraft und Fallschadenresistenz. Und irgendwo in diesem Turm ist jetzt eine Kiste mit dem Diamanten versteckt. Das heißt, wenn du da jetzt springst, dann musst du... Oh, ich werde... Ich werde sterben. Ich habe ihn, ich habe ihn. Hasten? Ja. Ja, dann kommst du wieder runter. So, siehste, guck mal. So, und jetzt können wir wieder blauen Böppel drücken. Du willst auch einfach für beide drücken. Wo bist du denn? Mein Böppel-Druck hat er gerade nicht genommen. So, ja, weiter im Takt. Level 3 Neo, der hat gestern ein bisschen gelaggt, weil da muss der Server wohl extrem rechnen. Okay. So, Hölle? No, 3 Neo. Don't see the water, just breach the floor. Okay. Wo bist du? Ich steh hier neben dir. Ne, ich seh dich immer nicht. Ja, macht nix. Ich drück jetzt den Knopf. Ah, jetzt sehe ich. Oh Gott. Woah, 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 woah. What the fuck? Wie ist das bescheuert? Komm gleich nochmal! Und da warst du supergeil drauf auf der Spiele, sagst du? Das ist einfach nur total lustig, weil es wird halt auch nicht leichter, wie du dir sicher vorstellen kannst. Und ich weiß, wie du dich aufregen kannst. Ja, da freue ich mich drauf wie ein kleines Kind. Jetzt hat er aufgehört zu zählen. Das gibt es auch nicht. Das ist ja der Scheiß. Hallo! Ne, warte, warte, warte. Wo ist ich warte? Das meine ich ja mit dem Server, der lagt ab und zu. Guck mal, jetzt zählt er rund. Oh. Wir könnten hier natürlich auch ein riesen Sofablox-Konflikt draus machen, was die Fails angeht. aber da ich ja hier schon ein bisschen ein kleines bisschen vorgeprägt bin ist das ja nicht mehr ganz so fair hier siehst du es fängt schon an es fängt schon an boah das ist wenn ich mich aufrege ja endlich kriegt der Dicke sich wieder auf das war so gut ja ich war voll gut mhm ja du wirst es ja sehen im Video dann ja das war voll gut so hier ist es lang und dann hier ist es runter und hier und da bäm und aah gibt es da nicht auch irgendwie so eine Variante von wo man irgendwie PvP spielt und man muss irgendwie auf der richtigen Farbe stehen oder so keine Ahnung bestimmt gibt es auch wo man irgendwie alle in so einem Raum sind und dann muss man auf der richtigen Farbe f*** doch die Henne auf der richtigen Farbe stehen und dann sagt er die Farbe und dann verschwinden ach so sowas wie Reise nach Jerusalem so ein bisschen ja 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 doch das kenne ich auch und bei Schmoss geben gesehen oh Mann das geht doch nicht wie hast du das gemacht man was hast du geschickt ne eigentlich nicht das ist bestimmt hier Game Mode 1 und dann ja hier ja jetzt müssen wir die Truhe holen die erste ich weiß wo sie ist ja ich auch haben wir es ja Aua da nehme ich Aua ja komm vorwärts 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 nein da neben gefallen das ist nicht so einfach irgendwie ne soll es wohl auch nicht sein meine ich meinste ja auch knapp vorbei oh jetzt bin ich tot oh Gott und los und los und los und los und vorwärts 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 komm schon komm schon komm schon yes nein das gewinnig ich hab doch ich hatte doch hier so super power ach nein ja das ist wenn knopf nicht drücken ne ich sag ja bei diesem level bei diesem level da sagt der server so ein bisschen nein 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 also das reicht schon wieder man muss also in einem perfekten sprung mitmachen ja er macht es nicht er macht es nicht er macht es nicht doch jetzt ja und los nein du kannst ja ein bisschen weiter vorrennen ne also so ist nicht ja aber nee ja aber nee nee möcht ich nicht hüpfst auch du super ich habe jetzt resistenz bekommen aber keine sprungkraft komm schon komm schon komm schon oh nein ich habe keine resistenz gekriegt wohl offensichtlich den habe ich wohl abbekommen ja super komm schon der will 3 das geht schon nicht jawohl nein warum bin ich denn tot du bist gestorben ja sicher genau dasselbe hatte ich auch gerade ach so ein ärger vielleicht kriegt man hier keine resistenz sondern muss das halt ne ne doch kriegt man kriegt man ja aber das funktioniert ja nicht ich bin jetzt auch schon dreimal da drauf gelandet ja das funktioniert alles nein das ist nein 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 ja siehst du wieder tot och mäuschen und ich hatte noch rote bubbels ich habe dich gar nicht gehauen ich habe keine resistenz du hast recht ja das geht nicht ohne resistenz ist natürlich schlecht gestern habe ich resi bekommen ja vielleicht geht das nicht naja die folge ist eh jetzt vorbei ne ja dann würde ich sagen den level heben wir uns für später auf wir gehen erst mal zurück nein doch nein doch das passiert na gut weil der scheint nicht so ganz zu funktionieren auf jeden Fall dann äh äh sehen wir uns wieder in der nächsten folge genau macht's gut tschüss tschüss